Und meistens kennt ihr alles nicht wie die klassische Komposition, das heißt, du musst dann meistens auf irgendwelchen Pop- und Rockstücken improvisieren. Und ich hab da schon ziemlich alles rauf und runter spielen müssen. Und ein Stück hat dem aber besonders gut gefallen, und zwar ist das ca. eineinhalb Jahre her, dass ich gefragt wurde, Smooth Criminal für einfach Freunde zu spielen. Ja, es ist gut, dass ich gelernt habe, das wäre doch mal was für die nächste CD. Deswegen hab ich's dann aufgenommen und naja, jeden Abend hoffe ich natürlich, dass ihr meine Freunde hier genauso begeistert davon seid. Ja, ich spreche jetzt über euch von Michael Jackson, Smooth Criminal. Da, da, da! Und da. Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018